Musik Ich steche euch alle ab, bekamen Polizeihauptmeisterin Mettner und ihr Kollege bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt im Raum Rosenheim zu hören. Erst 15 Minuten zuvor hatten sie dem Mann, der seine Freundin verbrüggelt hatte, einen Platzverweis für das Anwesen erteilt. Nun war er wieder dort aufgetaucht. Im Licht von der Taschenlampe habe ich gesehen, dass ich beide Arme hinterm Rücken habe. In der Hand, in der rechten, hat was Silbernes geblitzt. Ich habe länger schauen müssen. Es war dann ein Messer. Wir sind weiter zurückgewichen. Ich habe meinen Kollegen gewarnt, dass der ein Messer hat. Ich habe den Täter aufgefordert, dass er sein Messer wegwirft. Hat er nicht gemacht. Er hat die Hand vom Rücken nach vorne genommen und ist mit dem Messer vor dem Bauch auf den Kollegen zugegangen. Ich habe dann das Pfefferspray eingesetzt. Ca. 1,5 Meter vor dem Kollegen hat das gewirkt. Und der Gewalttäter konnte verhaftet werden. Insgesamt 7.689 Fälle von physischer und psychischer Gewalt gegen 17.367 Polizeibeamte in Bayern gab es 2018. Höchststand seit Beginn der Aufzeichnung 2010. 2.566 Polizeibeamte wurden verletzt. Es kam zu elf versuchten Tötungsdelikten. Während der Tat standen 66,5 Prozent der Tatverdächtigen unter Alkohol- und oder Drogeneinfluss. 2018 wurden insgesamt 6.563 Tatverdächtige registriert. 909 Tatverdächtige waren sogenannte Mehrfachtäter. 4.366 Tatverdächtige standen während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. 5.657 Tatverdächtige, also insgesamt über 86 Prozent der Tatverdächtigen insgesamt, waren männlich. Von den insgesamt 6.563 Tatverdächtigen waren 4.679 Deutsche und 1.884 Nicht-Deutsche. Dabei spielt insbesondere der steigende Anteil an tatverdächtigen Zuwanderern eine Rolle. 2018 wurden insgesamt 807 Tatverdächtige Zuwanderer erfasst, die Polizeibeamten verbal oder physisch angegriffen haben. Für die D-Pol-G Bayern ist dieser neuerliche Rekordwert nicht hinnehmbar. Politik und Gesellschaft sind gefordert, dass Gewalt gegen Polizeibeamte wieder abnimmt. Wir haben ja vor einigen Jahren das Thema Bodycam auf den Weg gebracht und die Bodycam ist im Pilot gelaufen, auch in verschiedenen Verbänden. Wird jetzt auch verstärkt eingesetzt, davon versprechen wir uns sehr viel. Die Erfahrungswerte zeigen auch, dass die Bodycam im Einsatz durchaus Gewaltpotenzial verhindert, denn das Gegenüber sieht die Kamera wird eingeschaltet, dann werden sie etwas zurückhaltender, vorsichtiger. Das Problem ist lediglich der Alkohol. Diese Hemmschwelle, Alkohol, da hilft die Bodycam teilweise auch nichts mehr. Das zweite ist natürlich der Taser, dieses Distanz-Impuls-Gerät, was jetzt aktuell im Pilotversuch ist. Auch hier weiß man von anderen Ländern, dass gerade beim Einsatz des Tasers die Widerstandshandlungen massiv zurückgegangen sind. Also England ist ein Thema, also auch hier versprechen wir uns sehr viel. Aber da müssen wir jetzt halt warten, bis das Gerät Taser insgesamt im gesamten Streifendienst mehr aktiv ist. Mit Pilotprojekten in der Oberpfalz und Oberbayern-Süd sollen Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte durch die Staatsanwaltschaften schneller bearbeitet und vor Gericht gebracht werden. Allerdings muss laut Depolge Bayern die Erfüllungsübernahme deutlich unbürokratischer ablaufen. Also wir haben 2015 ja das Thema auf den Weg gebracht als Deutsche Polizeigewerkschaft, dass der Freistaat Bayern hier in die Vorleistung geht, also eine Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeld. Leider ist es so, dass die derzeitigen Hürden, die das Finanzministerium da eingebaut haben, sehr hoch sind. Die Kollegen sehr lange auf ihr Geld warten oder teilweise ihr Geld gar nicht bekommen. Hier fordern wir ganz klar eine deutliche Vereinfachung. Im Prinzip braucht man nicht unbedingt den Titel erwirken. Das müsste deutlich einfacher sein, das Schmerzensgeld zu bekommen. Aber da sind wir auch in Gesprächen mit dem Finanzministerium und wir erhoffen uns, dass da jetzt auch nach diesem Zahlenmaterial vielleicht auch da mal der Groschen fällt und das Finanzministerium sagt, wir vereinfachen das Ganze.